Auftrag ist nicht länger von Bedeutung. Jetzt ist schön ein einzelnen... Ach, jetzt haben wir nicht mal mehr den einen oder was? Durch den Kuddel-Muddel-Heinz hier, ey. Der ist immer noch am. Dieses Objekt ist Teil 1 Auftrags. Was? Welcher Auftrag? Straßen ermöglichen? Ist das die Buggy, oder was? Wir haben Most. Der liegt direkt an der Straße. Das ist ein bisschen besser. Gewährt mir die Freundlichkeit eurer Oberstütze. Hallo, dann quatscht doch mal aus, ne Nonne. Wir suchen ne Nonne. Und wo soll die hin? In unser Konto. Was soll die... Nonne. Lass mich mal nicht vom Bär fressen, Nonne. Was soll die Konto. Wie bitte? Ich bin derby. Schau. Ich bin der Tür. Ich bin der Tür. Ich bin der Tür. Ihr konntet euch wirklich durchringen, um ein Anliegen zu verfallen. Und dann, ihr seid zu Recht das Oberhauten. Was? Okay. Cool. So. Cool. Wir haben Dings gekriegt. Wir haben... Der hat keine Straße. Guck mal da, scheiße ey. Schon besser. Der Abtransport der Waren ist nun kein Problem mehr. Ach man ey. Das hatte ich nicht gesehen. Das hatte ich nicht gesehen. So, jetzt lass uns Hanf bauen. Das ist okay. 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 Das hatte ich jetzt nicht mehr. Ach du bist ja doof. Okay. 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 So. Vielen Dank. Das war's für heute. 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 Das war's für heute.